Was geht Leute? Kurze Info bezüglich der Halo Kampagne hier auf meinem Channel. Der eine oder andere hat schon mitbekommen, dass ich ja Halo angefangen hatte, die Kampagne zu machen, kurz nach dem Release, aber aus persönlichen Gründen mir eine kleine YouTube-Pause gegönnt habe. Das heißt, ich habe wirklich knapp zwei Monate oder so komplett alles gechillt und viel mit meiner Familie unternommen und daher kam nichts. Und jetzt habe ich natürlich wieder angefangen und habe einfach mal gefragt, hätte man überhaupt noch Bock, dass ich das mache? Oder sollte ich warten, bis der Koop raus ist, damit ich das mit Bolle machen soll, was eigentlich in meinem Channel immer halt dazu gehört hat? Also seit Halo 4 mache ich das die ganze Zeit auf meinem YouTube-Channel mit dem guten Bolle zusammen, sofern ein Koop zur Verfügung ist. Und bei Halo Infinite ist es so, dass es jetzt erstmal keins gibt, aber er soll ja eins nachkommen und da würde ich so oder so das Let's Play dazu machen. Die Sache ist die, sollte ich machen, ja oder nein? Dann kam ein Kommentar, ja, ich sollte es ruhig machen und im Anschluss dann mit Bolle auf legendär, was sowieso das Ziel war und das will ich auch tun. Da ich ja lange inaktiv war, kamen natürlich nicht viele Kommentare, weil man einfach für YouTube auch tot ist. Und ich habe mir diesen Kommentar zu Herz genommen und werde das jetzt hochladen. Das heißt, jetzt ab 4 Uhr von Montag bis Freitag startet dann Halo die Kampagne. Wie gesagt, ich werde es so immer machen, Family, Private Leben geht immer vor. Falls ich mal nicht schaffe, ein Kampagnenvideo hochzuladen, dann ist es halt so. Aber sonst werde ich das probieren von Montag bis Freitag. Die Kampagne durchzocken. Halt, die wichtige Info ist dazu, ich hatte im Vorfeld schon 10 Folgen aufgenommen. Ich glaube, bei 1-2 Folgen ist irgendwie die Aufnahme kaputt. Da muss ich nochmal gucken, wenn ich soweit bin beim Bearbeiten, ob ich da irgendwas retten kann. Jedenfalls ist es so, dass das in einem Zeitpunkt aufgenommen worden ist, wo Halo gerade frisch released ist. Das heißt, ich kenne mich da halt nicht aus. Es ist auch nach wie vor so, ich habe die Kampagne auch nicht weitergezockt. Also ich zocke es nach wie vor blind. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen hatte, war ich ziemlich krank. Also ihr werdet in diesem Video hören, dass meine Stimme noch ziemlich verkratzt rau ist. Rooster werde ich so gut wie es geht rausschneiden. Und ja, deshalb wollte ich nur mal eben kurz vorwarnen. Das ist so ein Roundabout zwischen dem 8. und 11. Dezember, ich weiß es nicht, oder 10. Dezember aufgenommen worden. Und daher, nach Part 10 ist es dann halt aktueller. Nur mal so die Info. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich mich jetzt gut anhöre. Aber in dem Video nicht. Deshalb wollte ich eben kurz die Info hier raushauen. Das heißt also, wie gesagt, ab 16 Uhr startet mein LP. Ich wünsche euch viel Spaß. Und es würde mich freuen, wenn ihr mir einen kleinen Support da lassen würde. Dass ich natürlich durch diese 2 Monate fast Pause nicht allzu sehr auf die Fresse kriege. Aber gut, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Scheißegal. Ich hoffe nach wie vor, dass ihr da mit Spaß habt. So, jetzt 16 Uhr einschalten. Das war es von mir. Und wir sehen uns dann in Zukunft in den nächsten Videos. Euer Alpha Chief. Also haut rein. Bye.